Mittwoch, der 15. Dezember 2021. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr schon seht, auch heute heißt Türchenöffnung. Unbeginn macht der Lidl Adventskalender. Zum Vorschein kommt ein Fußball. Bei dem ersten Ehgut Adventskalender kommt jetzt was. Klemmt etwas. Da kommt eine Lokomotive zum Vorschein. Beim Aldi Adventskalender. Da musste ich etwas wechseln und schon jeder Panne. Diesmal ging auch der erste Teegut Adventskalender weg. Zum Vorschein kommt ein Schneemann. Weiter geht es mit dem zweiten Teegut. Adventskalender. Da musste ich ja outtrixen und es fällt runter. Ist aber ebenso ein Schneemann. Deswegen bitte like das Video, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen. goes. uter %. Vielen Dank.